Ich bin Anna Heinemann und das Thema meiner Masterarbeit war Nachhaltigkeitsbewertung von Startups. Chancen und Nutzen der DIN-Spec 90.051 aus Perspektive der Startups. Wir haben die Themen Klimaveränderung, die wir in Deutschland spüren und auch die gesellschaftlichen Themen, wie zum Beispiel Armut und Ungleichheit, sind alltäglich spürbar. Wir, die Gesellschaft und die Politik, wir gehen im Moment davon aus, dass der technologische Fortschritt und Innovation unsere Probleme lösen können. Die meisten Innovationen kommen von Startups. Das heißt, Startups zu unterstützen, nachhaltig von Anfang an zu agieren und nachhaltig zu wirtschaften, ist einfach besonders relevant. Und das kann nur erfolgen, wenn Startups von Anfang an begleitet werden. Und hier ist die DIN-Spec ein wichtiger Baustein. Wenn ich als Startup mich orientieren will, wie nachhaltig ich denn sein muss, um Kapital generieren zu können, wäre es gut, wenn ich mich an einer Norm orientieren kann. Das Ziel war, Handlungsempfehlungen zu formulieren, den Startups zu unterstützen, eben besser und nachhaltiger zu werden und sich mit dem Nachhaltigkeitsthema zu beschäftigen. Das heißt, der indirekte Nutzen kommt eben für die Wirtschaft daher, dass wenn die DIN-Spec praxisfreundlich und anwenderfreundlich ist, dann können es mehr Startups anwenden und wir kommen hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Das Thema ist mir besonders wichtig, weil mir Nachhaltigkeitsthemen, Klimaschutz, Umweltschutz sehr am Herzen liegen und ich es besonders wichtig finde, dass wir unsere Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen Transformierung. Ich freue mich sehr, dass ich den Preis gewonnen habe. Zum einen, weil das Thema damit in die Öffentlichkeit rückt und ich hoffe, dass daraus resultiert, dass mehr Startups und mehr Kapitalgebende in Zukunft die DIN-Spec nutzen werden. Vielen Dank.